Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Jetzt habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Es ist so ein komisches Wort irgendwie. Ich finde es schrecklich. LF, sag einfach. Wir suchen den Epi, der gerade verschwunden ist. Achso, der ist weiter rechts. Ach, der Hippi. Der hat mich verirrt. Verirrt hat er sich. Verirrt. So rein ich diese komischen Rand... Ja, ich bin da an den Randklippen, aber da, wo das angezeigt war, da hinten ist. Ich wollte gerade Randgruppen sagen. Ich suche die komischen Randgruppen. Wer hat denn hier Pflanzenfaser liegen lassen? Ja, ich bestimmt nicht. Ich war gar nicht da heute. Na. Wenn du da schon gewesen bist. Randklippen fangen hier an. Wir laufen durch den Dschungel. Oh. Mürzelsamen, du Sau. Ja, den habe ich entdeckt. Ja, den brauchen wir auch. Das sieht aus wie so eine Röhre. Die gucken aus dem Boden. Die muss da aufsaugen. Dann bin ich gerade drüber gelaufen. Deshalb habe ich die gemerkt. Aber hier ist auch eine Höhle. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben ja ein Artefakt nicht. Und auf dem privaten Stand habe ich alle Artefakte. Was soll das? Ich muss hier nochmal gucken wegen dem letzten... Hier ist ein Rattenschlingel. Ein Rattenschlingel? Ja, so heißt die. Die schlafen hier einfach so. Ich habe aber nichts zu futtern für die. Ja, deswegen habe ich extra Futter mitgenommen. Ja. Hätte keins. Ähm, das ist bestimmt das eine, was ich fast vergessen hätte. Bei meiner... Bei meinem Guide. Da gucken wir nochmal eben nach. Ich dachte, ich hätte das hier komplett gehabt, als ich rausgegangen bin. Aber anscheinend... Anscheinend nicht. Was macht der denn da alles wieder hinter meinem Rücken? Ja, das habe ich auch entdeckt. Du hast ja wieder nichts gemacht hier. Du hast nichts gemacht. Ja, ich komme ja noch nicht mal dahin. Ich muss ja jetzt hier erst mal das letzte Artefakt noch holen. Damit du die Aromenschaft auch bekommst, obwohl du nichts dafür machst. Möhrenschlingel werde ich noch hier saugen. Du wirst sie saugen. Irgendwie falsch. Die perverse Sau. Ja, man muss die aufsaugen. Da, genau da ist er. Den habe ich nämlich... Das ist genau die gleiche Stelle. Ich wüsste mir den. Hast du das jetzt auch bekommen? Ja, aber du machst ja immer schön alles alleine. Neue Konstruktion. Seltsamer Wegweiser. Hast du das gesehen? Ne. Ich will nichts mehr sehen. Wie? Ich mache alles alleine. Hallo? Von mir hast du den Guide, wo du die Sachen findest. Also wenn du... Nein, nein. Was ist die Guide? Die sind online. Der Guide zu diesen hier ist online. Also für alle, die jetzt nicht... Mache ein Video davon. Wieso lesen? Das ist ein Video. Ach so. Übrigens auch den nächsten Blog-Eintrag. Aber ich habe leider absolut keine Zeit gehabt, mich um den Blog noch zu kümmern. Wird aber in den nächsten Tagen definitiv noch nachgeholt. Und auch eine Liste, welche Sachen man an welchen Orten findet und so weiter. Kommt auch noch rein. Aber jetzt guck doch nochmal. Ja, ich bin gerade doch in deine Richtung am Laufen, oder nicht? Oder bist du jetzt wieder woanders? Wo bist denn du jetzt? Du warst doch gerade noch hier. Sag mal. Hm. Jetzt rennt der hier einfach weg. Ja, ey. So ein scheiß Kupfer, aber ich finde es nicht. Ey, hier sind auf jeden Fall die Randklippen. Das sind alles nur diese leuchtenden Pflanzen, ja. Also entweder sind die in der... Ich habe eine Höhle gefunden. Ich habe eine Höhle gefunden. Da war ich von drinnen, ja. Genau, vielleicht sollten wir den Mech zurücklassen. Da gucken wir doch mal eben, wie das von innen aussieht. Der Epi wird bestimmt wieder die Hälfte dagelassen haben. Ach, hier schlafen die Viecher. Hallo. Ja, das war das doch. Hallo, kleiner Rattenschlingel. Ja. Hey there, little fella. Ah. Wenn du das mal zu mir sagst, dann haue ich dich. Hä? Ich habe hier Kupfererz. Ich weiß nicht. Ach so, die hat das ausgeschissen. Also. Die kleinen Viecher musst du füttern, dann kriegst du Kupfer. Hier, liegt vor der Höhle. Nein. Das muss aber auch so sein. Irgendwo. Ja, aber das ist schon mal eine Option, wie wir Kupfer kriegen. Und hier sind Kupferablagerungen. Die solltest du vielleicht einfach draufhauen. Ne, Kohleablagerungen. Entschuldigung. Ich kann nicht mehr lesen. Okay, keine Kupferablagerung. Die sehen komisch aus. Die haben so komische Rüssel. Die sehen aus, als ob die Schwänze in der Nase haben. Oh, die sind irgendwie süß, aber irgendwie auch schlimm. Also schrecklich so von aufgekehrt. Die kleinen Ratten-Schlingel, oder wie hießen die nochmal? Da war noch mehr von euch drin. Wen habe ich denn jetzt gefüttert? Habe ich dich schon gefüttert? Ich habe ich noch nicht gefüttert. Er hat Kupfer gefunden. Oh, der gibt mir auch Kupfer. Komm her. Was? Wie? Wo? Moment. Du Sau. Ich habe das entdeckt. Ich habe die hier hingelegt. Oh nein! Oh! Diese Tage. Ich verstehe es nicht. Es sind wunderschöne Bilder, aber ich verstehe es einfach nicht. Da. Da ist Kupfer. Hallöchen Ratten-Schlingel. Was machst du hier draußen? Das ist mein Misch. Das ist mein Misch. Willst du noch was zu... Nee, du kannst nichts zu... Die sind mit mir rausgekommen, glaube ich. Die schnuppern mein Misch an, die perversen Ratten. Ach! Nein! Jetzt habe ich... Den habe ich jetzt nicht das gute Futter... Ist das euer Ernst? Der nimmt automatisch das gute Futter, wenn er gutes Futter drin hat. Ja. Das habe ich aber nicht aufgetragen hier. Habe ich jetzt den Ratten-Schlingel mitgenommen? Oder der ist so komisch nach oben weggeschwebt gerade. Was machen die denn hier? Beten die jetzt die Sonne an? Das sieht total niedlich aus irgendwie. Aber irgendwie auch ein bisschen gestört, muss ich sagen. Also gut. Haben wir jetzt alles hier raus? Gutes... Ach! Ja, weil die gutes Futter nur haben wollen und nicht das normale. Ich sehe es gerade. Deswegen hat er das automatisch genommen. Okay, verstehe. So, Kupfer haben wir jetzt. Müssen wir nochmal gucken, wo der Epi hier schon wieder den Kupfer gefunden hat. An dem Wasser hier oben, aber nur einen einzigen Spot. Das war nur ein einziger. Aber du bist hier hochgegangen, ja? Ja, ja. Und jetzt renne ich hier durch den Wald, der ziemlich dicht ist und finde nichts mehr. Nee, komme ich nicht weiter. Das heißt, hier oben, wo die gelben... Also wo der Wasserfall ist. Hier links wahrscheinlich, ne? Kupferablagerung. Ja, ja, ja. Ja, okay. Wir haben auch eine neue Aufgabe. Wir sollen eine Blumenpresse bauen. Da können wir Blumenpressen. Ja, toll. Und was soll man damit? Ich will endlich meine Updates haben, damit ich hier mal weiterkomme. Ich will keine Blumenpressen. Die armen Blumen. Ich will ja auch nicht gepresst werden. Der Händler ist wieder da. Der kommt immer nur, wenn wir nicht da sind. Ich weiß nicht. Der macht das absichtlich. Ich glaube, der will nichts verkaufen. So, ranklippen. Ja, bis wo gehen die? Jetzt sieht man das natürlich nicht immer so. Aber, ja. Kann natürlich... Ach, jetzt bin ich schon auf dem Wiesen, wenn ich zwei Schritte weiter gehe. Ich habe mir aber aufgeschrieben, das gab es doch noch irgendwo anders. Kupfer, Kupfer. Ich habe mir doch hier extra meine Liste gemacht. In den Tieflandebenen irgendwo. Ach, da hinten ist er schon wieder am Schweben. Der guckt immer, wo wir sind und dann schwebt er immer da rum. Ich gehe nochmal zu den Tieflandebenen. Irgendwo muss da auch Kupfer sein. Oh, die Dinger sind da gesprießt. Wenn du das nicht unbedingt für eine Verbesserung brauchst, dann mach mal einiges von diesen verbesserten Futter. Ja, eigentlich brauchen wir die nur für Verbesserungen, weil sonst können wir nichts mehr weitermachen. Dann mach es nicht. Ach, der braucht auch gutes Futter. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der uns bringt. So. Ach so, das war der Ländeplatz. Da waren wir schon. So, Tieflandebenen sind quasi jetzt hier runter. Können wir hier eine Abkürzung geben? Doch, da können wir aber runter. Und hierfür brauchen wir die Verbesserung, ne? Sonst können wir die Dinger hier nicht... Ja, ja, verbesserte Stachelsäge. Wieso liegen hier überall Pflanzenfasern? Da können wir nicht rein. Tieflandebenen. Es muss doch irgendwo einen Punkt geben, wo wir Kupfer kriegen können. Ich glaube, wir sind da oben rumgelaufen. Kann natürlich sein, dass wir da schon dran vorbeigelaufen sind, aber dass der jedes Mal leer war, ne? Wenn das jetzt in diesen Dingern drin ist. Da hinten ist es bunt. Hm. Da bräuchte ich die Verbesserte für. Da hinten wäre auch noch so eine Stelle. Ich brauche noch ein Kupfererz. Brauche ich noch einen. Das habe ich dabei, oder? Für die Blumenpresse. Ich habe zwei sogar dabei. Aber das hilft uns trotzdem nicht, hier rauszufinden. Also hier sind noch zwei Stellen. Da steht Fraktalitablagerung. Was zur Hülle ist das? Kommt da wahrscheinlich. Die wäre jetzt hier. Für alle, die das jetzt interessiert. Da auch. Und hier auch. Ja, das ist ja ganz toll. Ist ja gut zu wissen, wo das ist. Hier ist nochmal Kohleablagerung, Kohleablagerung. Aber ich suche halt Kupfer und nicht dieses komische Fraktalit, was auch immer das sein soll. Schade. Hätte ja auch klappen können, dass man einfach mal so blindlings reinläuft und mal was findet, was man sucht. Aber nicht mit uns. Nicht mit diesem Spiel hier. Das gehört auch noch zu den Tiefland-Ebenen, ne? Ah, ich glaube aber hier bin ich schon mal hochgelaufen. Das kommt mir so bekannt vor. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier irgendwas gewesen ist wegen Kupfer. Der hat erstattet seinen Motor wieder. Ich glaube, der haut jetzt ab. Ja, der will mich irgendwie nicht sehen, habe ich so das Gefühl. Der wartet immer, bis ich kurz davor bin, ne, ich könnte mal bald wieder zurückgehen. Und dann denkt er sich, oh scheiße, die will wieder zurückgehen. Oh. Da, wo ich jetzt gerade stehe in den Tiefland-Ebenen, gibt es auch noch eine Höhle. So, direkt mal Foto gemacht. Schauen wir doch mal. Hier sind wieder Pilze, oder ist das eine, die ich schon mal entdeckt hatte? Kohleablagerung? Vielleicht habe ich die auch schon entdeckt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind wieder Pilze und Kohle drin. Ich brauche Kupfer. Obwohl, ne, das ist aber keine, die ich schon mal entdeckt hatte, weil hier sind noch zwei Blumen drin. Und wie brauche ich das jetzt auch sagen? Fraktil-Erz! Ja, Fraktil-Erz! So nennen wir die Folge. Fraktil-Erz! Die muss ich aber jetzt abbauen können, oder? Diese Blume. Ach, hier unten. Nennen sie lieber zwei Gestörte und ihre Roboter. Ja, ich bin gerade ein kleiner Gnome. Ich bin gerade kein Roboter. Was ist eigentlich mit den Pilzen, die ich hier... Die hast du doch bei dir im Inventar. Sind das da noch Pilze, die man einsammelt? Pilze? Ich habe keine Pilze. Steht nur Pflanzenfaser. Ich glaube, du kriegst da nur Pflanzenfaser raus, kann das sein? Händler reißt ab. Händler reißt ab. Oh, ich sehe nichts mehr, wenn ich einmal vollgeladen bin. So. Hier, der Epi kommt jetzt wieder hier. Da stand gerade Episode 1LP im Menü. Ha! Ich kann nicht stalken, was du machst. Nein, kannst du nicht. Ha! Was ist denn jetzt mit dem Kupfererz? Ja, Kupfererz kommt gleich, inklusive dieses komischen neuen Zeugs, was ich hier gefunden habe. Ich muss nur noch einmal, glaube ich, rein. Äh. Um die Sachen mitzunehmen. Wenn ich da reinkomme. Hallo. Hü hüpf. Und dann, ich hoffe, das reicht dann, dass ich das alles mitnehmen kann. Ja, ich glaube, sonst habe ich hier nichts mehr. Ich sehe nur leider nichts. Fra-frag. Fra-frag-frag-frag. Fra-talit-erz. So. Oh. Machen wir erst mal reden gehen. Das da. Ja. Das sieht komisch aus. Oh. Den weißen hatten wir noch nicht? Doch, den hatten wir schon. Der hat das gerade als neu gemacht. So. Kannensprössling habe ich auch nochmal einen mitgenommen. Du bist da hinten irgendwo. Was hast du jetzt für eine Markierung gemacht? Ich habe gar keine gemacht. Da ist aber eine drin. Dann ist die nach vorne letzten Mal. Jetzt sag nicht, hier ist noch eine Höhle. Ah, ne. Da kann man, glaube ich, nur so. Ich glaube, da kann man nicht durch. Aber ich gucke trotzdem mal eben, ja. Vielleicht sind hier auch mal Tiere drin gewesen oder so. Ne, da kann man. Oh, Hilfe. Hallo. Sonne. Alles gut mit euch? Ich wollte eigentlich nur hier. Ich wollte eigentlich nur nach Hause. Ich weiß nur nicht, wo zu Hause ist. Moment. Moment. Ähm. Ungefähr in die Richtung, wo du die Markierung gemacht hast. Und dann noch weiter. Okay. Jetzt wird es irgendwie doch dunkler. Wird es jetzt dunkler oder wird es jetzt wieder hell? Ich weiß es nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher. So. Bist du gerade zu Hause? Wie, mach. Ja. Dann muss ich mich irgendwie in die Richtung halten. Aua. Ich frage es nur. Hm. Wie komme ich hier am besten hin? Ich brauche ganz viel Kupfer, Herz. Wie viel hast du? Zwei. Ne, ne? Du lügst mich an. Oder habe ich... Warte mal. Hast du die eben mitgenommen oder habe ich die? Ich hatte vier. Ich brauche aber noch mal... Ne, zwei. Genau, zwei habe ich. Hä? Du hast nur zwei. Ich dachte, du hättest es gefunden. Ja, den Rest hast du ja mitgenommen eben. Nein, ich habe gar nichts mitgenommen. Du hast das eben eingesammelt. Als du gekommen bist... Jetzt komme ich hier nicht hoch. Äh, als du gekommen bist, wo ich in der Höhle war. Da hast du alles eingesammelt, was ich rausgeholt habe. Nein. Nein. Ja. Ganz am Anfang habe ich was eingesammelt, aber da war kein Kupfer dabei. Ich habe da nur noch zwei Stück am Ende bekommen. Jetzt muss ich hier nur erstmal irgendwie rumkommen. Weil der direkte Weg, der hat irgendwie jetzt hier nicht geklappt. Ich muss jetzt hier einmal um den Berg rum. Moment, da kann ich hoch. Das ist ja alles schön und gut. Ich hätte aber gerne eine Abkürzung. Ja, Randklippen weiß ich ja, dass ich da drauf bin. Das müsst ihr mir jetzt nicht nochmal sagen. Da will ich aber nicht hin. Ich will ja wieder zurück. So, ich sehe immer noch deinen Namen. Also ich laufe... Ja, ich bin auch schon auf den Wiesen. Die Wiesen lassen mich niesen. Ich glaube, ich weiß noch, wo ich bin. Hier habe ich immer das Holz geholt, oder? Ja, 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 genau. Hallo. Hallo. Mach mal bitte hier einen, bevor du irgendwas anderes machst. Was hast du denn da für ein schreckliches Tiling gebaut? Mach mal einen hier rein in die Maschine hier vorne. Lass mich doch mal lesen, was das ist. Ja, das ist... Die können wir noch nicht machen. Steht da gar nicht drin, was das ist. Das ist doch... Das ist eine zerkleinere irgendwas. Die brauchen wir für alle anderen Sachen. So groß... Ah, ne, eine Presse hast du gesagt. Aber hier, da musst du das rein. Ja, mach mal einmal rein. Ja. Danke. Und was kann man damit machen? Ne, das ist die Presse. Man kann rote Farbe jetzt herrschen. Was für eine Scheiße. Warum habe ich das jetzt... Da brauchen wir Steine und Kupferdraht für. Ja, Stein ist schon drin. Der Kupferdraht fehlt noch. Ja, und das, was wir die ganze Zeit hier machen sind, das immer noch nichts mehr ist. Oder wie viel Kupfer hast du noch? Wir brauchen hier zwei Kupferdraht. Das ist nämlich immer noch nicht gebaut. Hartholz habe ich... Ach, warte mal. Hatte ich nicht eben Hartholz? Ja, das habe ich gesagt. Das ist das normale Holz, oder nicht? Weil hier suche ich ja die ganze Zeit, aber die blauen Kristalle können wir ja noch nicht ab... Ach, ich gehe mal selber jetzt Kupfer suchen. Weil das hat ja keinen Sinn so. Ne, das wird auch keinen Sinn haben, weil der Tag noch nicht rum ist. Wie? Ja, wir haben ja nur die zwei oder drei Stellen, wo Kupfer ist. Also, wo wir wissen, dass Kupfer ist. So. Ja, super. Ich brauche vier Kupfererz, um das Ding aufzufüllen. Was ist denn das für ein Mist? Ja, deshalb sage ich dir, wir müssten... Ich weiß nicht mehr wofür, aber dafür brauchte ich... Ich stehe jetzt im Inventar, ja. Ähm... Hallo, kann ich hier mal eben was anwählen? Ja, ich würde mich ja gerne andocken. Ah, jetzt. Ich wollte mal eben was nachgucken. So, Moment. Wir brauchen... Ne, das haben wir doch frei. Hä? Tja. Elektronik aus Aluminium. Das können wir noch nicht machen, weil wir das noch nicht haben. Wie kriegen wir das denn? Ja, das müssen wir erst mal erforscht haben. Ja, ach nee. Die Frage ist, wie erforschen wir das? Darum geht es ja gerade. Elektronik? Vor allen Dingen aus Aluminium, weil Aluminium haben wir doch, deswegen... Und was zur Hölle ist... Mürzelöl? Mürzelöl? Das sind die Pflanzen, die ich gerade gesetzt habe. Das sind die, die ich eingesammelt habe da. Ach du... Da brauchen wir 18 Stück für die Verbesserung für. Wollen die mich hier irgendwie... Fünf Kupferdraht brauchen wir dann auch nochmal. Und halt ganz, ganz viel von diesen Ölen. Ich weiß nicht, wo du das her hast. Wie das Öl her hat. Hä? Warte mal. Wir können aber nur die Säge und den Erntesauger verbessern. Die anderen Sachen nicht. Nee, warte mal. Hydrosplash. Doch, den Bewässerungsschlauch können wir auch verbessern. Da brauchen wir auch blaue Kristalle für. Aber auch Eisenteile. Wieso kriegt man diese Rezepte nicht, wenn wir sowieso Eisen haben? Das verstehe ich irgendwie nicht. Hm. Das ist doch alles wieder... Also das ist jetzt so diese Stelle, wo ich jetzt sagen würde, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Weil ich halt keine Ahnung habe, wo ich den Kram herkriege. Und normalerweise, wenn ich jetzt privat spielen würde, müsste ich jetzt anfangen zu googeln. Wo kriegst du es her? Da das Spiel aber so neu ist, findest du wieder nichts, wo man es herkriegt. Nur da ich halt nicht weiß, ne, wo es ist oder wie wir das Rezept kriegen, kann ich natürlich jetzt auch kein Video machen. So nach dem Motto, so bekommt ihr das. Oh, ich wollte da eigentlich nicht drauflaufen. Wann sind diese scheiß Gummibären endlich mal fertig? Jetzt muss ich den ganzen Weg quasi wieder zurücklaufen. Was bist du denn jetzt da unten in den Tiefland eben? Ich habe in die Kiste einiges von den Samen reingetan. Die musst du mal gucken, ob du da was machen kannst mit. Wenn du was brauchst. Ja, neuer Tag, neue Ernte. Ach so, die kann ich noch nicht machen. Ach so, die sind aber noch nicht ausgewachsen dann, ne? Ne, die sind noch nicht ausgewachsen. Aber, habe ich hier noch welche von den Samen drin? Zwei Stück habe ich noch. Du warst in dem Irrgarten hier schon drin, in den Tiefebenen, ne? Wie zum Wichsen. In diesem, wo man mit, äh, wo so Gitter vor sind, wo man aber als Person rein kann, ohne den Mesh. Ohne den Mesh. Äh, was meinst du jetzt? In den Tiefebenen da, oder wie das heißt, Tiefland-Ebenen. Ja, was denn? Die Artefakte, oder was meinst du jetzt? Ja, da ist so ein Gebiet, da ist ein Kabel, ist da hingelaufen am Boden. Ach so, ja, ja. Das ist leer. Da ist auch die Fraktalablagerung, aber ich finde kein Kupfer. Irgendwo muss es doch auch die Kupferablagerung geben. Wie gesagt, die eine da, wo es Wasser ist, oben. Das ist aber nur ein Ding, das kann ja nicht alles sein. Ja, aber das ist ein Ding. Was hatte ich dir gesagt? In der Höhle war ja noch... Nee, nee, stimmt gar nicht. In der Höhle hatte ich die von diesen Viechern bekommen. Da waren diese Fraktil, Frakt, was, was ich, diese komischen... Das war in der Höhle. So, was ist das? Kohle haben wir noch. Und das muss ich erst mal... Abwarten, das muss ich ja noch herstellen. Ja, ich würde da mal spontan sagen, ich lasse dann zwar das Video noch ein bisschen weiter mitlaufen, aber wir machen hier erst mal einen kleinen Cut. Und wenn irgendwas Interessantes spontan noch passiert, dann... Der Händler kommt zum Beispiel an. Aber ob das so interessant ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Hat der eigentlich immer das gleiche Angebot? Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, das erweitert sich gerade. Ich habe den Eindruck, dass es mehr wird. Aber es ist sonst immer... Wenn wir nicht ein Update kriegen, also von uns aus, dann ist es immer das Gleiche. Ja gut, theoretischerweise hätten wir jetzt hier Mürzelsamen auch kaufen können, ne? Wenn ich nicht das ganze Geld jetzt an diesen Dingern da verballert hätte. Ne, Arme und Beine hatte der letztes Mal aber auch. Ja, ja. Aber da sind andere Namen noch. Der hat andere noch irgendwie. Lama-Formschnitt, Schweine-Formschnitt. Ja, das ist neu. Das ist neu. Katzen, Hunde, Bären. Oh, wir brauchen Bären. Und ich habe kein Geld. Oh, Sauerei. Die Blumenbeete sehen auch nicht schlecht aus in dem Baumberg. Oh, ein Stapelbücher. Schatz, ich brauche unbedingt 200 Geld von dir. Ich habe da Sachen drin, die kannst du verkaufen. Da steht bei Wertvoll. Wie bei Wertvoll? Mal gucken, in der Kiste. In der linken hier? In irgendeiner, in der neuen habe ich, glaube ich, was reingetragen, weil ich in die andere nichts mehr reintun konnte. Wie kommst du an rote Kristalle? Ja, die habe ich abgebaut bei uns hier. Ja, ich denke, die können wir nicht abbauen. Natürlich, mit meiner Säge kann ich die schon abbauen. Jetzt sag mir nicht, du hast dich jetzt schon, ey. Also, ich habe das letzte Mal schon gehabt. Willst du mich hier veräppeln? Willst du mich veräppeln? Die ganze Zeit sage ich zu dir, ich versuche mir hier sonst irgendwas zusammenzukriegen, damit ich auch nur eine einzige Verbesserung machen kann, damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Ich habe dir aber fünfmal gesagt, die erste Verbesserung ist einfach von den Segel. Da musst du fünfmal Aluminium haben. Weil ich habe nichts von dem, was man dafür braucht. Fünfmal Aluminium musst du haben. Nee. Guck rein für die Säge. Habe ich ja eben. Das waren keine fünf Aluminium. Ja, dann guck nochmal genau. Habe ich eben gemacht, ja. Also, ich bin ab mit Kupfer habe ich kein Glück. Keine Ahnung. Entweder müssen wir mal gucken, ob es eine Map gibt, wo man mal wirklich sieht, wo die Rohstoffe sind. Ich habe es so spät gesehen. So. Wir müssen ja hier unsere Gemütlichkeit steigern. Oh. Ja, von wegen Gemütlichkeit steigern. Das neue Haus sieht ja mal geil aus. Moment, da muss ich hier aber erstmal ein bisschen Platz schaffen. Da muss man ja gar nichts machen. Oh. Aber der braucht unheimlich viel. Also steckt da jetzt erstmal noch nichts rein. Aber ich habe das schon mal so dahingestellt. Ähm. Ach, seltsamer Wegweiser ist, äh, eine Dekoration. Äh, so. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Jetzt müssen wir hier so. 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 Hupsa. Habe ich da jetzt draufgehauen aus Versehen? Habe ich das jetzt? Habe ich das jetzt? Ja, oder? Dann. Ach, dafür brauche ich wieder Lehm. Och Mann, wieso brauchen wir für alles Lehm und wir haben kein Lehm? Das ist doch doof. Ähm. Gut, Aluminiumstange kriegen wir schnell. Wie kriegen wir Wachs? Äh, nee, auch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe was gehört, aber gesehen habe ich es noch nicht. Ich habe was gehört, dass man wohl irgendwie Bienen oder sowas oder Honig oder irgendwas kriegen kann. Also was genau weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe noch nichts gesehen davon. Da müsste der Bienen irgendwo herumfliegen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, das machen wir hier hin. Ah, das machen wir hier hin. Das machen wir so. So. Extra für ein EP. Ah, der ist schön. Der ist schön. Wir müssen noch eine oder zwei Sachen, ich denke mal, je nachdem, wie teuer das ist, müssen wir noch aufbauen, damit wir, genau, die können wir noch eben auffüllen, damit wir das Haus aufs zweite upgraden können. Die ist noch nicht fertig. So. Ja. Jetzt steht hier alles, was wir bauen können, aber noch nicht gebaut haben. Ist das nicht schön? So viele Sachen, die wir noch nicht gebaut haben, aber eigentlich theoretisch bauen können. Ja, mit diesem wundervollen Bild hier mache ich erstmal einen kleinen Cut, den ich eben schon angedroht habe. Ich lasse dann nebenbei mal die Kamera mitlaufen, beziehungsweise die Aufnahme mitlaufen. Wir werden dann mal ein bisschen gucken, dass wir noch ein paar Rohstoffe holen, ein bisschen Aluminium holen, dann gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Kupfer zusammenkriegen. Ich meine, ihr wisst ja, wo wir das jetzt gefunden haben und ihr wisst, ja, wie selten das ganze Zeug hier ist, also zumindest das Kupfer. Und wenn sich hier irgendetwas noch tut, dann werde ich das auf jeden Fall mit reinschneiden. Ansonsten sage ich mal, der Ebi ist da, der Ebi, das habe ich nur für dich gemacht, nur für dich gemacht, nur für dich. Der ist schön, oder? Der ist ein Bär. Also es gab auch einen richtigen Bären, aber... Ah, du bist echt so klein und dicklich, wie ich gedacht habe. Ja. Ich wusste es. Warte mal, wenn ich jetzt auch rauskomme. Hallo. Du bist ja auch so dicht. Hallo. Du hast gar kein Gesicht. Und dein Helm sieht aus, als wenn du bescheuert wärst. Du hast gar kein Gesicht? Ja, nee, Gesicht habe ich nicht, aber es spiegelt sich. Aber was hast du denn da drin? Du hast eine Ehre im Mund. Habe ich das auch? Du hast irgendwie so eine Feder? Ah, nee, Moment, es spiegelt sich nur. Ja, das ist so eine Weizen-Ehre. So ein bisschen so den Farmer da stehen. Ach so, ja, außen. Oh, guck mal, hinter dir. Wir haben gesehen, dass wir jetzt klein sind. Hallo. Die sind ja wirklich groß. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Und mit diesen wundervollen... Oh, die sind größer als du? Ah, nee, die steht... Ja. Ja, doch. Doch. Ach, die ist doppelt so groß wie du. Hallo. Oh, oh. Ich habe die mal gefüttert. Ich wollte die mal füttern. Ich wollte mal sehen, wie das... Oh, guck mal, der wird aggro. Der will auch was haben. Oh. Der wird aggro. Oh, mit diesen Bildern, mit diesen wundervollen... Hier, guck mal, ich habe es hingestellt. Bildern. Hä? Ja, das Ding habe ich hier senkrecht hingestellt. Ja, wieso? Warum steht der jetzt hier, als ob du dir deinem Fuß wehgetan hast? Weiß ich nicht. Warum hüpfe ich jetzt hier so komisch rum, ohne was zu tun? Hallo, mein kleiner, dicker Freund. Hallo. 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 Pervers. Kann ich dich auch wegnehmen? Jee, das sieht aus, als ob du Paintball spielen willst. Und wenn ich dich hacke? Oh. Ich kann dich hacken. Ach so, stimmt, ich habe die andere ja gar nicht, ja. Na gut, wir machen uns jetzt am Lagerfeuer ein bisschen bequem, bis die Nacht rum ist. Und dann... Können wir uns hier eigentlich draufsetzen? Nee, geht nicht. Schade. Oder? Dann mache ich das so. Ich kann mich draufstellen. So, und mit diesem wunderschönen Bild sagen wir jetzt wirklich zum dritten und letzten Mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao. Oh. Ach, Schatz, gib mir einen Kuss, sonst kriegst du die Hacke ab. Harsch. Ich habe... Hilfe. Welcher ist denn jetzt meiner, der Schöneren, der mit dem... Ah ja, hier mit dem Hotrot, der ist meiner. Das ist meiner, da ist, glaube ich, gelb drauf. Ja, genau, du standst rechts neben mir. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.